Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Sommerloch-Kurzvideo. Heute geht es um den Belichtungsmesser. Auch ein Video, was ich schon vor einiger Zeit aufgenommen habe, wo ich immer wieder merke auch, dass viele gar nicht verstehen, was so ein Belichtungsmesser eigentlich macht. Ich habe das versucht ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, dass ich das ganz gut gemacht habe. Auf jeden Fall ist es etwas, was zum Grundlagenwissen gehört und was mit Sicherheit euch auch erklärt, warum vielleicht das eine Bild von euch gut ist und das nächste ist eben nicht gut, nicht richtig belichtet und warum das eben so ist. Ich würde sagen, ihr seht euch einfach das Video an. Wer Fragen hat, gerne kommentieren. Wer Wünsche hat für vielleicht eine neue Auflage, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Liken natürlich, vielleicht auch mal teilen. Das würde mich freuen. Also Link unten in der Videobeschreibung, hier im Abspannfeld, was gleich kommt oder in der Infobox. Da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr weiter. Und jetzt würde ich sagen, Tschaui, Tschüss, euer Sven. Sollteid, dann Vielen Dank.